Hey Leute, ich bin Mike Singer, ich bin 17 Jahre alt und wir starten gerade die Karma 2 Reloaded mit meinem ganzen Team und meiner Band und ich freue mich einfach, dass wir jetzt wieder durch ganz Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen touren und es wird eine mega, mega geile Zeit. Bruder, was ist das für ein Strahler? Yo, yo, wassup, Karma 2 Reloaded hat jetzt gestartet und es ist so crazy, wir sind einfach im selben Bus wie bei der Karma Tour. Es geht jetzt einfach weiter und ich freue mich so sehr. Isak, bist du ready? Yo! Let's go! Warte, 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 du hast die Anzahl an der Anzahl gekocht. Ich muss dir was sagen, ich muss dir was sagen. Was denn? Was? Sag, sag. Ramon hat gesagt, er zieht dich jedes Mal ab bei FIFA. Jedes Mal. Nein, der hat richtig große Tüge. Jedes Mal. Oh mein Gott, ich bin fertig. Ah nein! Das wird ein Insider. Wir machen seine Schuhe jedes Mal auf, wenn wir ihn sehen. Okay. Okay. Wir machen seine Schuhe. Haha. Leute. Doch ich frag mich nur. Meinst du sie ernst? Das kriegst du so zurück eines Tages. Das ist so Kampfsportleidung. Ernsthaft, du warst jetzt zu Freddy? Das ist dein Ernst? Das sind deine Schuhe aus. Das sind witzige Schuhe aus. Was willst du mit Schuhen machen? Das ist ja ekelhaft. Ja! 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 Ja, für die Jungs hier erstmal morgen, damit die gut an den Tag starten können. Ingwertee und Zitronentee. Ich habe das jetzt gemischt, weil es keine Zitronen gab. Und dann kriegt jetzt jeder einen Pee. Mit Leber. Dann geht es. Wir sind in! 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 Wir haben den Tag nicht gesucht. Zeig euch, wie das geht! Fuck man! Ne, Pac man! Der ist nicht hochgegangen! Scheiße! Game over noch! Scheiße! Auf jeden Fall. Richtige Loser-Bande. Ich bin erst aufgestanden. Aber der erste Tag von der Kammer zu Reloaded startet jetzt. Ich trinke jetzt erstmal einen Ingwer-Tee. Wir haben 9 Uhr und es stehen jetzt schon welche da. Das ist unglaublich. Ich zeig euch jetzt mal, wo wir sind hier heute. Wir sind nämlich in Singen. Die anderen essen hier gerade. Okay, Mike, du willst eine Story erzählen? Dann geh woanders hin. Du nervst. Sie sagen immer, dass ich nerve, aber das stimmt gar nicht. Tim, nervig? Nein, eigentlich nicht, Bro. Oh Gott, Schleimer! Bravo! Na, Fili. Letzte Tour habe ich gesehen. Du machst es gut. Ich weiß, dass du wirst es noch besser machen. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Maschine! Sehr gut! Ries, Ries! Bravo! Ja! 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 Ja هذا! Nazis Bis zum nächsten Mal.